Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Die 15. Woche, Fortnite Season 12 hat begonnen, bevor das große Arpschassi-Wand kommt. Ja, ich komme mit. Ich muss auch noch einen Heidi töten. Wir hatten uns ja vorgenommen, jeden Abend nach dem Abendessen eine Runde zu spielen und diese dann auch möglich zu gewinnen. Ich wollte diese Runde auch nutzen, die letzten Herausforderungen für Stürme The Agency zu erledigen. Nee, das zählt nicht hier drin. Das ist jetzt Sturmphase 9 von 10. Ja, ich bin schon. So. Dann gucken wir, ob wir hier noch eine Kiste aufkriegen, ob das hier zählt. Die Kiste ist hier schon offen. Ja, alle sind offen, ist schon klar. Hallo, ich bin schon. Die neue Stimme, die die Agency herausfragen. Nee, hier ist noch eine zu öffnen, dann gucken wir, ob ich auch nicht. So. Wir wollten doch die Auswandern schenken, dass die keine Kiste zu sehen. Spann die Leute voll. oh niedergestreckt einen guten tag mit dem rocket launcher nice mit dem dynamit er ist richtig leckerer loot die frage ist richtig niedergestreckte ist tot sehr gut kaputt erledigt es kommt noch einer ich habe leider keine nahkampfwaffe leider keine nahkampfwaffe ich komme wiii 1x1 1x1 2x1 1 attack 1x1 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 1x2 1x1 1x1 hast du gerade erledigt einer noch wir müssen pushen von wo ich muss nur einer sein deshalb 126 bekommt der andere her ich glaube ich gehe da unten im wasser so alle habe ich platt geklopft der ist fast im wasser der aber ich habe ich habe irgendwo hits von hinten gekriegt ich habe alles ich habe aber jetzt von der anderen seite gekriegt nicht von vorne egal ich habe einen großen weil vor mir hatte ich ja zugebaut die jetzt kam ich hab nur für einen wiki der möchte und irgendwo kamen auch hits komischerweise ich habe aber nicht gesehen von wo ich heimisch ich habe ihn tagesziel erreicht ich sage danke fürs zusehen und tschüss bis zur nächsten folge macht es einmal gut